ja liebe youtube freunde powerhouse ich fahre schnell auf den schallenberg dort ist ein kleiner wassertöftriff und ich werde da eine bratwurst essen jawohl schallenberg im emmental auf dem schallenberg pass angekommen es ist jetzt was haben wir für zeit jetzt zehn nach acht noch ziemlich frisch heute ja 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 ja